Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Marcel, Community-Moderator im Team von Writing Bowl. Wir starten eine neue Aufzeichnungs-Staffel auf Twitch am 31. Januar 2023. Das heißt, es werden wieder so fünf bis sechs neue Folgen entstehen, die dann in den nächsten Tagen auch alle hochgeladen werden auf YouTube. Wir haben uns gerade im Twitch-Chat schon mal ganz grob das Savegame angeguckt, aber da gibt es ein paar Sachen, die ich euch auf YouTube natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Was wollen wir heute machen oder was wollen wir in den nächsten ein, zwei Folgen machen? Das ergibt sich ja immer so ein bisschen. Wir müssen Wartung ausbauen, wir müssen die Verbrennungsanlage bauen, wir müssen Fehler beheben, Biokraftstoff erforschen, wir müssen Weizenfelder und mehr Nahrung anbauen, das ist so ein Thema. Und den Bug von dem letzten Patch, also das heißt Bug, ist es einfach ein altes Savegame, die Ziegelsteine bauen. Kleiner Fehler am Anfang, bevor wir das ganz vergessen. Ich hatte mir vor der Aufzeichnungsfolge nochmal ganz kurz das Savegame angeschaut, und hier habe ich gesehen, hier läuft man nicht. Hier gibt es ein kleines Problemchen bei unseren Destillen. Wenn wir vorne mal anschauen beim, ach nicht beim Schornstein, beim Heizkessel, dann haben wir hier Dampf, der kann nicht abgeführt werden. Wenn wir dann weiterklicken, ausgabevoll, hier kann Dampf, ne, hier kann das saure Wasser nicht ausgeleitet werden. Was ist denn da los? Säures Wasser, das wird ausgeleitet über so eine Pipeline hier. Diese hier, das ist doch alles in Ordnung. Das geht hier vorne rein, und geht dann weiter hier hinten zu unserem, ja, zu unserem Rohr, Abwasserrohr, wir kippen hier alles ins Meer. Umwelt ist eh schon kaputt, was soll's. Der Planet kann nicht mehr kaputt gehen, dann können wir auch alles ins Meer kippen. Ist hier auch angekreuzt, aber es funktioniert nicht. Und ich meine, wir hätten vor ein paar Folgen überlegt, wie wir das Ganze hier anschließen. Und genau das ist das Problem. Wir haben hier die Rohrleitungen einfach verbunden, aber so richtig funktionieren tut's irgendwie nicht. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir da eine zweite Pipeline legen müssen. Können wir das Ganze mal ausprobieren. Ihr seht auch, dass das Rohr komplett voll ist. Also hier scheint es einfach nicht weiter zu gehen. Wir könnten mal probieren, wenn wir das Ganze erstmal in einen Tank leiten, dann haben wir generell einen kleinen Puffer. Ich bin voll von diesen Tanks, das ist super. Da sieht man auch sofort, was man hat. Und wer weiß, irgendwann braucht man vielleicht noch mal saures Wasser. Vielleicht kann man da Gurken drin einlegen, ich weiß es nicht. Aber einfach ins Meer kippen. Der Plan B. Einfach erstmal hier ein bisschen was sammeln, dass das sofort wieder läuft. Einmal schauen, wohin. Ja, vielleicht auch erstmal einfach hier mitten ins Feld. Dass das erstmal wieder abfließen kann. Dann haben wir nämlich genug Zeit, das vernünftig zu machen und schön zu machen. Chatmans geben bitte nochmal Feedback zum Ton. Chat fragt auch gerade, beziehungsweise Matze fragt, kann man überhaupt zwei verschiedene Stoffe in eine Pipeline mischen? Ich hätte jetzt gesagt, ja. Flüssigkeiten kann man mischen. Das Spiel scheint das wohl etwas anders zu sehen. Deshalb wir das jetzt hier erstmal so lösen. So, den Flüssigkeitsspeicher weisen wir mal das saure Wasser zu. Und dann leiten wir das saure Wasser auch wieder nach dem Speicher aus. Und machen ein zweites Abflussrohr. Und kippen es dann da ins Meer. Obwohl, wir könnten auch mal ganz kurz gucken, was man damit eventuell noch tun kann. Gehen wir mal in die Forschung und suche mal nach saures Wasser. Saures Wasser. Das wird hier produziert. Bei der Schwefelverarbeitung braucht man es allerdings wieder. Und die kommt nach dem... Oh, Konstruktionsteile 3 brauchen wir dafür. Also irgendwann können wir es nutzen. Oder halt später bei... Bei der Rohbenzinverarbeitung und beim katalytischen Reforming. Ey, 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 was wir da alles brauchen. Ja, schauen wir uns an. Aber auf jeden Fall, beim Schwefel wird es am Ende gebunden. Und durch etwas noch Giftigeres ersetzt. Juhu. Musik etwas lautfällig. Und du stockst bei mir etwas. Wie ich stocke bei dir etwas. Das wäre gar nicht gut. Machen wir erstmal die Musik ein bisschen leiser. Machen wir die mal auf 11. Ihr seht, die ist schon arg leise. Es wird immer so ein bisschen interessant zusammen gemischt. Dann muss ich einmal bei mir mein Headset lauter machen. Und ja, gebt mal Feedback aufs dauerhafte Rohkild. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Bei mir ist der... Ist der Spring flüssig. Ich hoffe, das bleibt auch so. Liebe YouTuber, verzeiht uns das. Das müssen wir beim Beginn einer Aussagenstaffel immer noch kurz checken. Ähm, ja. Und hier können wir das jetzt ausleiten. Kippen, das ist mehr. Wie eben eingangs erwähnt. Vielleicht doch einfach mal direkt hier schön neben die andere Röhre. Bei Barbaros ruckelt es nicht. Das ist doch schön. Dann scheint das alles zu funktionieren. Man sagt mir auch gerade auch so, oh, dann liegt es an ihm. Alles gut. So, wir können da hinten nicht gerade runterkippen, weil wir jetzt das ganze Shit gut hier hingebaut haben. Dann gehen wir hier einfach einmal drüber und bauen hier so ein zweites Abwasserrohr. Aber dafür, dass wir hier alles ins Meer kippen, sieht das hier noch schön aus. Also hier würde ich sogar baden gehen. Also man erkennt auch gar nicht mehr, dass das hier eigentlich unsere Mülldeponie ist. Da läuft nichts ins Meer. Das scheint alles schön gebunden zu sein. Und es glänzt sogar wie Edelsteine. Vielleicht können wir uns einfach nur sagen, dass das ein Strand ist, den wir extra für sie aufgekippt haben. Um hier Einigkeit und sowas zu erwähnen. Weil stehen die ja auf Beschiss. So, wo ist denn hier dieses Abflussrohr? Ah ja, genau, da ist es doch. Mal kurz zu rotieren, weil ich mal angeschlossen binne. Da kollidiert es. Schade, muss noch ein, zwei drüber. Das Aufmaß nicht ganz gepasst. Hi René, freut mich, wenn es dir schmeckt. Er schreibt gerade, huhu, wie dekadent kann ich sein. Französischer Weichkäse, italienischer Rotweine, Antipasti zum Abendbrot. Ich freue mich für das. Ich lasse dir schmecken. So, was sagt denn unsere Einigkeit? Ach, das ist so viel. Machen wir hier wieder unser übliches Schnellbauen. Und bevor wir es vergessen, einmal bitte hier das saufer Wasser zu leiten. Und ja, das sollte jetzt, genau, sollte jetzt funktionieren. Ist die Frage, ob unser Tanker automatisch leer gepumpt wird. Wo ist er hier vorne? Können den ja mal. Das ist leer, die Rohrleitung. Okay, wir können das ja mal so ein bisschen voll halten. Bin mir nicht sicher, ob das hier auch funktioniert, ob der immer alles ausleitet. Okay, wir kippen alles ins Meer. Dann ist das weg mit dem sauren Wasser. Keine Gurken, keine Gewürzgurken. Alles ins Meer kippen, bitte. So, jetzt sollte das hier vorne wieder funktionieren. Schauen wir uns das mal an. Ausgabe voll. Hier ist der Dampf überladen. Nächstes Problem. Hier ist auch die Ausgabe voll. Jetzt haben wir hier das Mitteldestillat, was zu viel ist. Ach, ihr habt immer alles zu viel. Mitteldestillat könnt ihr aber brauchen. Dann haben wir das Leichtdestillat, was hier zu viel ist. Mal diese Produktionsketten. Ja. Dann müssen wir das leichte Destillat was machen wir damit? Das Meer kippen. Das wiederum wird hier aber eigentlich gebraucht. Wir haben hier eigentlich, ja, den Dampf zu viel. Das ist jetzt natürlich ein Teufelskreis. Zu viel Dampf, zu viel Output und so weiter. Das ist die Frage, was passiert, wenn man ein Abgasrohr zwischenschaltet, dann geht vermutlich der ganze Dampf in die Binsen. Produkte entfernen. Kriegen wir das jetzt gelöst? Weil der Schornstein macht den Druck immer weg. Kurz überlegen. Aber das Ganze ist ja eigentlich nur passiert, weil dieses saure Wasser da übrig war. Dann machen wir hier mal Produkt entfernen. Dann kann das abfließen. Quasi Dampf ablassen per Knopfdruck. Total praktisch. Ob das so gedacht ist. Bei den Dampfkesseln ist zu viel Dampf doch kein Problem. Schreibt Dschungelschleichix. Ja, wenn der Dampf nirgendwo hin kann, geht es hier aber nicht weiter. Sagt er hier wieder fehlend, weil hier immer noch zu viel Dampf ist. Wir müssen hier einfach mal noch ein paar Mal ablassen. Ist das so gedacht? Oder ist das hier ein Exploit? Was wir hier machen. Naja, mir soll es egal sein. Es funktioniert aber. So, jetzt scheint es zu laufen. Okay. Geht aber noch ein bisschen zu viel. 12. Wir können so auch Schwerhöhlen entfernen. Oder leichtes Destillat. Das ist ja ein Traum. Einfach aus dem Raumzeit-Continuum holen. Einfach alles entfernen, was wir nicht haben wollen. Was soll ich jetzt fehlen Materialien? Jetzt fehlt bestimmt wieder Schweröl. Was soll ich dazu sagen? Aber dieser wird produziert. Zwei Tanks hintereinander. Ich glaube, der erste Tank war letztes Mal einfach komplett voll. Gut, aber machen wir da erstmal ein kleines Häkchen auf meiner Checkliste. Und warum ich noch gar nicht angesprochen werde von euch, ist, warum hier oben die Baumerntemaschine kein Holz hat. Seid ihr so abgelenkt von dem Logo, was hier oben drüber liegt? So, Baum ernten. So, wir müssen ja hier nachher mal erweitern. Ach, wir machen es jetzt einfach komplett weg. Wir zerstören die Umwelt und machen die paar Bäumchen hier auch noch weg. René, das hast du falsch verstanden. Ich habe das Schweröl nicht in die Natur gekippt. Ich habe es aus dem Raumzeitcontinuum weggeklickt. Es existiert nicht mehr. Und der Chat überlegt, warum es sich staut. Ja. Kurze Meldung aus dem Logo. Das am besten Ausleiten in den Tank. Ich habe bei mir festgestellt, dass es wohl besser ist, pro Brennstoff einen Kessel zu verwenden. Sonst passiert das ähnlich wie beim Saug und Wasser. Das Problem hatte ich übrigens auch. Das haben wir hier auch gemacht. Wir haben zwei Sachen zusammengeleitet. Wir haben in dem Rohr einmal das leichte Destillat und wir haben, glaube ich, auch das das Sperröl da mit drin. Wir haben aber hier nur einen Eingang. Also entweder oder. Hier ist schon wieder die Ausgabe voll. Also das Problem scheint bestehen zu bleiben. Ja, dann machen wir das mal. Kann man das einladen? Ja, wir können alles einladen. Okay. Dann machen wir mal einen Tank für schweres Wasser und einen für leichte Destillate. Da brauchen wir einen Flüssigspeicher. Das wird eh noch spannend, hier das nachher zu erweitern. Deswegen ist die Frage, wo man das hinfahllerweise hinbaut. Machen wir es erstmal hier hin. Wir werden es eh noch mal puzzeln, wenn wir das erweitern müssen. So. Dann mal eine Ferne, bitte. So, hier haben wir das leicht Destillate. Und wählen wir das doch hier auch mal aus. Boah, sieht das fies aus. Grüne Knoche! Können wir uns mehr kippen. Merk, einer sieht aus wie Algen. So, es ist hier natürlich leicht Destillat im Schlauch, wollte ich schon sagen, in der Leitung. Und hier ist immer noch so viel Dampf. Den Dampf können wir erstmal nur manuell entfernen. Ich müsste nicht, was wir sonst machen können. Den Heizkessel mal aus. Nicht, dass wir einfach in Summe zu viel Dampf jetzt haben. So. Das ist natürlich relativ schnell voll hier. Wenn die mit Dampf gibt es leider nicht. Das wäre schön, wenn es die gäbe. Dann könnte man Dampf ablassen. Aber es gibt nur Schorrensteine. Und die leiten das glaube ich dauerhaft aus. Und dann haben wir gar nichts mehr. Gut. Können natürlich noch so einen zweiten Heizkessel bauen. Aber dann wird das Zeug auch nicht verbrannt. Können wir mal eben gucken. Wir hatten hier 48, was produziert wird. Hier rein gehen 9 und hier 6. Das ist natürlich klar, dass wir da so viel haben. Tja, was passiert denn, wenn wir da einfach so ein Schlot hinbauen. Können aber irgendwo hier einen zwischenpuzzeln. Wo es gleich noch hinpasst. Ist auch schon schwierig. Hier können wir glaube ich abzeigen. Können wir uns das ja mal anschauen. Wo ist er hier? Abfallverarbeitung. Schornstein. Warum gibt es eigentlich keine Forschung drin? Weil ich keiner eingestellt habe. Weil wir so langsam spielen und tüfteln, dass wir den Forschungsbaum irgendwann durch hätten. Und wir sind ja noch gefüllt, also manchmal aufs Hüfteperträg im Mittelalter. Aber können wir gleich mal anschmeißen. Aber erstmal hier die Kleinigkeit fixen. Vielleicht liegt es auch am mangelndem Tee, dass wir zu viel Darmfarben. So, und hier wollen wir ja genau, hier können wir alles ablassen. Das ist jetzt inaktiv. Das fließt an beide Stationen. Schön ist das nicht. Zum Dampf habe ich auch noch einen Tipp, schreibt Felanor. Diesen Rohrleitungsausgleicher. Damit kannst du die Prioritäten setzen. Gibt es den Rohrleitungsausgleicher auch für... Ah, den gibt es auch für die... Okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte, den gibt es nur für Schüttgut. Dann müsste der eigentlich hier oben hin. Oh, das wird wieder eng. Aber das machen wir flott. Ich sag ja, aufbauen, abreißen, puzzeln, aufbauen, abreißen. Manchmal würde ich sagen, wir verschwenden hier Geld, aber... Geld, das ist schon Geld. So, passt der hier dran. Kann man den nicht in der Höhe bauen? Einfach mal schön auf die Müllhalte kippen. Hier kann man die Prioritäten verteilen, das ist sehr gut. Das ist doch das, was wir haben wollen. Einmal andocken, bitte. Das müssen wir hier eigentlich um die Ecke gehen. Dass das hier auch gar nicht verbunden wird. Also hier quasi jetzt rechts raus. So, und Priorität hat jetzt der hier. Priorität aus. Hier wird eingeleitet. Der hat keine Priorität. Also deswegen wollen wir nichts an Gleichigkeiten. Wir wollen, dass es hier immer rausgeht. Das ist doch praktisch. Hier ist irgendwas disconnected. Das ist denn hier nicht verbunden. Normalerweise ist da immer so ein grünes Symbol dran, wenn das connected ist. Vielleicht muss da einfach ein Stückchen Rohr zwischen. Ah, so funktioniert es. Ist nicht ganz konsistent gelöst. An den Gebäuden muss man es, also kann man es dran setzen und hier muss man Abstand dazwischen haben. Oh, dann passt das so. Okay. Und hier ist alles akzeptiert. Passt auch. Also vor allem nochmal, die später dazu kamen, wir hatten ein Dampfproblem. Zu viel Dampf im System. Jetzt wird priorisiert der normale Kreislaufgmuss. Wenn wir zu viel Dampf haben, wird hier oben über den zweiten Ausgang dann abgeleitet. Sollte es jetzt tun. dann können wir auch das wieder einschalten. Und jetzt fehlt ihm was bitte? Jetzt fehlt ihm Schweröl. Oder Schweres Destillat. Aber wird gerade produziert. Sollte jetzt passen. So, und für das Öl machen wir jetzt auch noch kurz einen Tank. Dass es auch gepuffert wird. Dann können wir ja einfach mal gerade runtersetzen. Dann mal Schweröl zuweisen und noch anschließen. Noch bloß was. Dann kam das hier aber weg. Und dann gehen wir hier einfach geradeaus drüber und sieht es auch ein bisschen übersichtlicher aus. So. Die zweite Dampfleitung angeschlossen. Fragt ihr gerade genau. Die geht hier vorne in diesen Verteiler und dann einmal hier oben rein. Also ich glaube nicht, dass man die einzeln hochführen müsste. Das geht dann alles durch dieses Rohr hier. Also eigentlich sollte es so funktionieren. Wenn es das nicht tut, müssen wir mal schauen. Was haben wir hier oben noch? Da hängt noch was in der Luft. Ach, die hier. Ja, die Kladin ist da auch noch dran. Was für ein Rohrsystem. Schweröl wird auch gesammelt. Es gibt keinen Sortierer für Rohrleitung. Es gibt nur einen Rohrausgleicher. Wir können jetzt nicht beides hier irgendwie einleiten. müssen wir uns entscheiden. Was kippen wir ins Meer? Schweröl oder mittleres Destillat? Oder gar nichts von beidem. Ja, das mit der Kohle ist ein guter Tipp. Die wollen wir natürlich nicht vernichten. Ja, zweiten Kessel bauen schlag dir noch vor. Dann haben wir aber noch mehr Dampf. Das ist euch klar. Dass wir dann noch viel mehr Dampf haben. Aber es ist glaube ich besser. Wir müssen es eh vernichten aktuell. Wir können es nicht nutzen. Machen wir es zu Dampf und leiten es ins Meer. Äh, jetzt mehr sage ich schon in die Luft. Welchen Sinn das auch immer haben mag. Da muss wieder ein Schornstein dran. Also irgendwann geht unsere Gesundheit komplett ins Knie. Wir bauen gerade nur Schornsteine an jeder Produktionsanlage gefühlt. So, schnell liefern. Fitchtet hat Probleme mit Sauerstoff und Stickstoff. Also da könnt ihr es wohl auch für nutzen. Selbes Prinzip. So, was geht hier rein? Achso, das war das Frischwasser. Genau, was wir zum Verdampfen brauchen. Sehr interessant. Energietig totaler Quatsch, was wir hier machen. Aber es muss sein. Es muss sein, anders geht es nicht. So, dann sagen wir ihm hier bitte nur Leichtdestillat und ihm hier bitte nur Schweröl. Genau, so. Dann haben wir den Ausgang hier. Ich habe schon vergessen, dass es war, Schweröl. Das heißt gleich, Destillat geht nach hier. Und das Schweröl geht nach hier. Was eine Wissenschaft für sich hier. Schreibt man es auch gerade im Chat. So, die ganze Plöre läuft. Was fährt uns jetzt hier? Hier fährt jetzt Dampf. Damit lässt er das hier auffallen. Jetzt haben wir keinen Dampf. Da fließt er. Einmal kurz checken. Der fließt jetzt hier rein. Okay. Und hier fehlt Dampf. Hier gibt es noch ein Problem. Weil der Dampf kommt von hier, geht jetzt hier oben rein. Und hier unten wird nur der Kohledampf eingespeist. Und der wird gerade nicht produziert. Deswegen haben wir hier keinen Dampf. Das heißt, das muss auch noch weg. So. Jetzt können wir hier am Ausgang einen Abzweig machen auf die zweite Anlage. Dann müsste es funktionieren. Und jetzt sagen wir mal an, wie man das schick baut. Jetzt ist es funktional. Jetzt müsste das eigentlich noch schick gebaut werden. Aber wir lassen es so. Bauen wir irgendwann mal um. Das so skalieren wird auch ein Traum am Ende. Das läuft aber alles. Dann lassen wir den die Kohle auch mal aus. Die brauchen wir nur, wenn es wirklich gar nicht mal anders geht. Büropod Romantik, sagt ihr. Ja. Geht schon so. Und hier ist noch ein rorschfarbener Kreis. Was haben wir noch nie gebaut haben. Nämlich die Müllverbrennungsanlage. Zum Verbrennen von Feststoffen. 36 Abfall werden zu 18 Luftverschmutzung. Also ich habe das glaube ich so gesehen, dass es keine negativen Auswirkungen hat, wenn man das einfach ins Meer kippt. Wenn wir es verbrennen, hat es negative Auswirkungen in Form von Luftverschmutzung. Vollkommen unnötiges Gebäude. Dann kippen wir es lieber ins Meer. So, jetzt haben wir eine YouTube-Folge damit verbracht, das hier zu optimieren. Aber so schnell kann es gehen, ihr Lieben. Ich mache an der Stelle mal einen Cut, weil jetzt was Neues anzufangen für zwei Minuten, das macht wenig Sinn. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und auf Twitch geht es auch sofort weiter. Bis dann.